Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Wir nähern uns schon mal dem Ende. Ich habe keine Detektivsicht. Der Computer funktioniert nicht. Ich muss die Detektivsicht wiederherstellen, um Alfred zu finden. So, das sollte reichen. Alfred! Alfred! Nein. Alfred, kannst du mich hören? Ich werde dich herausholen. Alfred! Alfred! Alfred, du darfst. Lassen Sie mich keine zusätzliche Last für Sie sein. Er für das Tod? Wie geht das? In den nachfolgenden Teilen sozusagen, wo ich wie Origin und so weiter spielt. War doch noch da, oder? Er riecht mich jetzt da. Oh, nein. Ich gehe auf. Nein. Komm schon, verdammt. Oh, zum Glück. Ich weiß, dass ich dich nicht immer von unterstützt habe. Aber jetzt verstehe ich. Doch, die brauchen Sie da draußen. Ich kann Gotham nicht schützen. Ich kann nicht mal mein eigenes Hype schützen. Master Bruce. Master Bruce, jetzt ist nicht die Zeit zu zweifeln. Ich kann es nicht. Ich kann Sie nicht stoppen. Ihnen muss klar werden, dass Sie ein Mensch sind und keine Insel. Die Stärken eines Menschen sind nicht nur Kraft und Intelligenz, sondern auch seine Verbündeten. Achtung, Einheit in der Nähe des Blackgate-Gefängnisses. Ist das Namen die Wasserkammer gegründet? Das Wasser wird abgehalten. Sie brauchen Sie. Nein. Sie brauchen uns. Also, der Seher Hund, ey. Gerade schon mal gestorben, wiederbelebt und jetzt wird er schon wieder pliziert, hilft ihm. Alles klar. Oh, die Schmiererei kennen wir doch. Haltet den Jogger auf, war klar. Keine Schneespuren. Oder sind das die Spuren hier? Ich dachte, das sind die. Ein bisschen mager, aber okay. Das ist ein bisschen mager. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schmerz Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie habe ich das schon mal gemacht? Ach so, ich glaube der Bettorin kann das auch gut machen. Oder auch nicht. Ja, wie mache ich jetzt diese Wand da kaputt? Gute Frage. I-Speed-Bettering? Okay. 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 Jetzt macht dieser Schalter. Okay. 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 Ah, okay, der Schalter. Ah, jetzt. Passt. Und du? Ah, toll. Ah, okay, der Schalter. Ah. 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 Das ist doch nicht wahr hier. Nein! Och man, ernsthaft. Der erste Wurf muss schon sitzen. Ja Leute, wenn ich... Ich hab ja noch 10 Minuten. Ich sag mal, wenn ich es mit dem Part nicht schaff, dann... ...weil ich das so lange... Nein! Bis ich ganz durch bin. Verdammt! Das ist gar nicht so leicht, Leute. Ey, ich hab doch... Ah, das trifft einfach nicht gescheit. Ist ja klar, dass Danger Hot ist. Verdammt! Nein! Ah, ernsthaft! Egal, es ist immerhin bis dahin schon mal weg. Aber ich bin eh gleich tot. Gut. Soviel dazu. Puh! Ach, geschafft! Boah, bis hierhin habe ich es geschafft. Ey, wahnsinnig! Oh, Glanzleistung! Nach einem gefühlten halben Millionen Mal... ... da müssen wir ja auch noch mal wegkommen. Das ist gar nicht so... Das ist gar nicht so. Ich bin ganz so... Oh, ich bin echt so... Oh, ich bin echt so... ... die Schweine ist so... ... die Schweine ist so, wie geht das... ... die Schweine ist so... ... die Schweine ist so... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Auch bei mir und du bist bald, Herr Vorsitzender. Noch vier. Drei noch. Auf die letzten drei Kontakten. Es heißt, der verdammt nicht. Ich muss mich zusammenreißen. Das haben jedenfalls rausgesagt. Letzten zwei. Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Der Letzte! Vielleicht wissen die Geiseln, wo der Joker sich versteckt. Halin Quince. Ja, genau. Die ist doch mit von der Partie. Aber gut, wir machen hier an der Stelle wieder mal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Euer Shell Mask. Ciao!